Oh. Perfektion. Ist nur eine Illusion. Oh, was ist das? Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Halt sie fest, bis die anderen da sind. Wo tippen? Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Warst. Warst. Machst du mit? Bin dabei. Ja, mal los. Jetzt. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Wir erschaffen das nicht. Oh, Mutter. Hilf uns. Die sind ja so echt. Verlichtet die Gender. Seid zu looten. Und looten ist immer Zeit. Oh, da ist noch ein Vorrat. Verlichtet die Eindringänge. Sie sind zu stark. Wir können sie nicht aufhalten. Das wirst du nicht überleben. Ah, ich will den Gesundheitskrank mitnehmen. Schnell. Lauf drüber zum Seil. Tötet sie alle. Keine Zeugen. Keine Überlebenden. Die kill ich trotzdem alle. Bleibt zusammen. Oh nein. Da sind noch mehr. Da kommen noch mehr. Wie viele sind das? Es sind zu viele. Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter. Hilf uns. Wenn ihr nicht seht. Du wirst den Schatten nicht entkommen. Vernichtet die Schänder. Sie sind zu stark. Ja. Wir können sie nicht aufhalten. Vernichtet die Eindringänge. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Jetzt kommt mir geliehen. Macht da auch mit keiner. Es sind zu viele. Die Nacht bricht an. Es sind zu viele. Die Sonne kann dich jetzt nicht erreden. Verliert sich das Amulett. Jetzt. Runter, solange es noch geht. Oha. Der ist ein Minigun. Okay, jetzt ist er auch tot. Das ist ein Minigun. Das ist ein Minigun. Oh, die Leute wieder nach unten. Ah, der hat schon. Komm her. Oh, ich hab jetzt die Minigun Typ ist die Luft weg Typ ist die Luft weg Der Typ nicht mal looten Typ ist die Luft weg Los, es ist ein Schatten! Ein geschenktes Schatten! Hey, vielleicht hab ich jetzt mal wieder volle Leben. Einmal draufbeißen und gucken, ob er echt ist. Das dienen die Eier! Hier hat dein Gesicht zur Sonne, Kehls! Oh! 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 Der unspeck, der cool eher. Durch die Soundeffekte. Oh, das konnte ich mir jetzt vorstellen, dass das passiert. Oh, shit! Oh, shit! Die Sprengstoffe! Oha! Was ist das für eine Wunde? Genau, überlebe, indem du die Klippe runterfällst, Mädchen. Der arme Rost, äh Rost, hat sich geopfert. Irgendwie tut er mir schon richtig leid. Schlecht animierte, kleine Eloy. Wir haben hier ja so einen komischen Tonfilter. Dass sie dort ist, ist Blaschämie. Sie muss zu ihrer Mutter. Oh no! Wie der Düt geguckt hat. Oh mein Gott. Oh, ich hab mal Rost gesagt, nicht Wurst. Nein. Nein, 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 nein. Ich muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. Die Kiste hinter dir. Die Kiste. Mach die auf. Rost hat mich gerettet. Ja, die Kiste. Ja. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Die Kiste. Warum ist niemand hier? Die Kiste. Wo bin ich? Ah, Menü derzeit nicht verfügbar. Ich muss jetzt mal ein bisschen schleichen. Noch mehr Kisten, die will ich alle aufmachen. Oh, ist das ein Hammer? Ist das eine Spitzhacke? Oder? Noch mehr Kisten. Meine Sachen. Gut. Und wo ist mein Fokus? Hier. Okay. Ich glaube, das war der falsche. Was? Bin ich etwa im heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Wie ist das eine Stammmutter? Bäm. Ich sehe meinen Ogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesen Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Ich muss weitersuchen. Richtig technologisch hier. Wurde wahrscheinlich auch einfach so benutzt. Die Nora haben diesen Ort nicht erbaut. Es waren die Alten. Aber warum? Da. Mit meinen anderen Sachen. Oh. Oh. Also wenn du den so quernimmst, dann fass du doch keine Tür mehr durch. Was kannst du mir zeigen? Ah. Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sahen mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dein Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identity Scan. Ihr dürft nicht länger auf Z hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Von wem? Bist du meine Mutter? Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy! Du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell! Du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Ich wurde hier geboren. Im Werk. Es ist besser, es zu zeigen. Hier läuft ein bisschen komisch. Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimme mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Okay. Umstatus aus. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Der Berg ist... Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar.